Hi Leute! Heute möchte ich mal darauf eingehen, wie wir eigentlich arbeiten. Und zwar, die Frage kommt ja häufig mal vor, gerade wenn man sieht, es läuft viel online ab von der Arbeit und ihr habt mich immer wieder gefragt, wie schaut das Ganze aus? Wie läuft so eine Zusammenarbeit ab? Wie kann man sich das irgendwie vorstellen? Wie kann man sich da mal ein Bild machen? Und deshalb wollte ich dir mal so in diesem Video hier einen kleinen Eindruck davon geben, wie das Ganze vonstatten läuft. Und zwar ist das Ganze wirklich ein systematischer Prozess, wo du wirklich sagen kannst, okay, wir schauen ganz individuell deine Situation an, schauen, wo du hin möchtest und schauen dann, wie du da hinkommst. Also das grundsätzlich. Es ist immer so, wenn die Zusammenarbeit startet und normalerweise ist die Zusammenarbeit bei uns immer mindestens über zwölf Monate, weil das ist einfach ein Zeitrahmen, wo ich dir wirklich sicher sagen kann und auch guten Gewissens, da wirst du halt nachhaltig Veränderungen erfahren. Weil es ist ganz schön und nett, wenn man mal irgendwie so irgendwo bei einem Retreat ist oder ein kurzes Fasten macht und dann ist man super motiviert und hat so einen kleinen Motivationsschub für ein, zwei Monate, wenn man Glück hat. Aber das Ganze ist meist halt nicht im Alltag integriert dann. Du hast dir diese Gewohnheiten nicht geschaffen und es ist einfach nicht so nachhaltig. Und deshalb gerade bei diesem Entgiftungs- und Reinigungsprozess muss man ganz genau und gezielt vorgehen und wissen, was man macht, damit man sich halt auch solche Fehler erspart, wo dann einfach die Entgiftungsorgane, zum Beispiel die Leber, die Nieren geschädigt werden, dein Körper darunter leidet, Zähne darunter leiden oder sonst was passiert. Und das muss einfach nicht sein. Diese Gefahren kann man umgehen und da schauen wir deswegen auch extra ganz gezielt am Anfang. Also immer zuerst gibt es mal ein Erstgespräch, in dem wir schauen und analysieren wirklich, wo stehst du jetzt und wo möchtest du auch wirklich hin? So, also wo stehst du jetzt? Das heißt, deine Vorgeschichte, seien es jetzt Medikamente, deine Krankheitsgeschichte, in welcher Umgebung du gelebt hast, hast du irgendwelche Amalgamfüllungen, all diese Geschichten schauen wir erstmal individuell bei dir an und schauen dann, wo möchtest du hin, was sind deine Ziele, was möchtest du erreichen, was ist für dich gesundheitlich wichtig, welche Baustellen möchtest du unbedingt loswerden zuerst zum Beispiel und was ist dann auch wirklich deine Motivation, wohin möchtest du, was ist das, was dich erfüllt, wo du wieder wirklich erfahren möchtest, weil du wieder gesund und fit und vital bist. Das heißt, möchtest du wieder, weiß ich nicht, raus in die Natur, wandern, klettern, was auch immer, was sind deine Ziele, wohin möchtest du diesen Punkt? Also wo stehst du, wo möchtest du hin und dann entwickeln wir einen Plan, schauen, wie diese Schritte individuell in deinem Fall ausschauen, damit du dahin kommen kannst und wenn wir eben merken, von beiden Seiten natürlich, wenn ich merke, so, wir können dir dabei helfen, dann sage ich das dir auch und wenn du merkst, okay, das ist das Richtige für mich, der Plan macht Sinn, so diese Schritte, das ist genau das, was ich möchte, in dem Fall können wir dann direkt mit der Zusammenarbeit losstarten und ein großer Teil von der Zusammenarbeit läuft eigentlich online ab, in Zeiten wie Corona, völlig normal, hat sich jetzt jeder daran gewöhnt, also vieles läuft einmal über Gruppe ab, aber dann gibt es auch wöchentlich eine Frage-Antwort-Runde immer, wo ich wirklich immer live bin, wie hier im Video, du kannst deine Fragen einfach eintippen per Chat, kannst nochmal nachhaken, wenn irgendwas unklar ist, sodass du auch wirklich eine Lösung für dich findest, weil am Ende ist es ja wirklich so, immer wenn du an dem Punkt bist und weißt nicht weiter, so und wenn man dann jetzt zehnmal hin und her schreibt, dann telefoniert man vielleicht zwei Wochen später mal, ja, und dann ist es halt wieder vorbei, dann bringt es einem nichts, dann fällt man in so ein Loch und ändert wieder die Gewohnheiten, ja, kann das Ganze eben nicht stabil und nachhaltig machen. Deswegen ist mir halt wirklich dieser Kontakt, dass du jederzeit die Möglichkeit hast, mir zu schreiben, per E-Mail, ich antworte da oft, ja, per Video einfach, wo du wirklich, du kriegst einfach einen Link geschickt, ich kann nochmal viel expliziter auf deine Fragen eingehen und du musst dir nicht elend lange Texte durchlesen und dementsprechend hast du halt wirklich und auch dadurch, dass wir halt in einer Gruppe sind, du den Anschluss zur Gruppe hast, du da auch jederzeit deine Fragen reinstellen kannst, was die anderen da machen, zum Beispiel zum Frühstück oder sonst was, wenn du gerade mal nicht weiter weißt, eine Ernährung, keine Rezeptideen hast oder sonst was, dann bist du, wenn irgendwas mal nicht richtig läuft, dann bist du so dieser Ausreißer aus der Gruppe, aber du wirst von der Gruppe automatisch wieder nach oben gezogen. Das einzige, was du machen musst, ist dabei bleiben und jede Woche in die Frage-Antwort-Runden reingehen, wenn du irgendein Problem hast, auch von der Motivation, wenn vom Mindset her irgendwas nicht passt, dann schauen wir, okay, wo bist du da blockiert, warum kannst du das Ganze nicht umsetzen, dass du halt auch wirklich nach diesen zwölf Monaten für dich diese Klarheit in der Ernährung hast, dieser ganze Ernährungsdschungel, dass du da weißt, okay, warum erzählt dir der eine, hey, Ernährung XY ist es tolle, Paleo, der andere sagt dir irgendwie High Carb, Low Carb und was es nicht alles gibt, du hast dann wirklich diese Klarheit für dich, aber das, weil du es eben erfahren hast am eigenen Körper. Und dann schauen wir eben auch, wir schauen ganz gezielt, wo stehst du mit deiner Ernährung jetzt, was sind so die nächsten Schritte und ich möchte immer nur an die Hand geben, wie du den ganzen Prozess steuern kannst, wie du die Entgiftung gezielt steuern kannst, wie du das anpassen kannst an deinen Alltag und das Körpergefühl einfach entwickelst, weil das ist das am Ende, wo dir alles sagt. Dein Körpergefühl, ja, das ist das, wo dir niemand nehmen kann und dein Körper sagt dir genau wann, wie, was, in welchen Mengen und warum er eigentlich möchte und du kannst es anpassen, in welchem Tempo du dann gehst. Du kannst dann dein eigenes Tempo finden, kannst es anpassen, weil dein Körper weiß nicht, ob du zum Beispiel nächste Woche einen Urlaub geplant hast oder ob du Montag wieder auf die Arbeit musst, plötzlich von jetzt auf gleich in einem stickigen Raum sitzt und die Entgiftung einfach zum Beispiel nicht mehr so gut läuft. Und dementsprechend musst du auch gezielt anpassen können und das Ganze steuern können. Und das schauen wir halt, wie du das machst, wie du das Körpergefühl eben selber entwickeln kannst und nach diesen zwölf Monaten hast du da wirklich diese Klarheit für dich in der Ernährung, wie du die Entgiftung gezielt steuern und lenken kannst und wie du auch mit Heißhungerattacken umgehen kannst, wie du die immer mehr reduzierst, woran das Ganze liegt und natürlich, dass deine gesundheitlichen Baustellen immer weniger werden, dass deine Haut besser wird, dass die Verdauung besser wird, all diese Punkte. Ja, und so läuft es im Groben ab. Das heißt, du hast da wirklich immer den Anschluss an die Gruppe. Du kannst dich jederzeit bei mir melden und normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, sind wir auch wirklich einmal im halben Jahr, einmal im halben Jahr, also zweimal eigentlich im Jahr, treffen wir uns einmal. Zuletzt hatten wir uns am Bodensee getroffen, dann kam Corona und dementsprechend sind die Events jetzt erstmal, die dabei sind, auch in der Zusammenarbeit, wo wir uns einfach treffen, erstmal pausiert, bis das Ganze wieder angenehmer vonstatten läuft. Und das gibt natürlich auch nochmal einen ganz anderen Anschluss, man hat einen ganz anderen Austausch und man sieht eben auch, wie entwickelt sich das bei den anderen. Allein in der Frage-Antwort-Runde jede Woche bekommt man es mit, so was werden für Fragen gestellt. Selbst wenn du keine Fragen hast, du gehst da einfach rein, merkst, okay, ah ja, genau diesen Punkt, das habe ich mich eigentlich auch schon mal gefragt, hat es aber wieder vergessen. Und du bist halt dauerhaft motivierter, du hast das Umfeld, diese Unterstützung und dann kriegst du halt einfach die Klarheit durchs Machen. Es ist ein ganz klarer, strukturierter Plan, also ganz klare Werkzeuge. Du kannst sie in deinem eigenen Tempo, wie gesagt, immer anwenden, eine halbe Stunde am Tag, wenn du dir die einplanst. Am Anfang gehen wir meist hin, im ersten Schritt auch Körperübungen zu integrieren, aber die dauern nicht lang und bringen enorm viel. Und ja, das ist mal so im Groben ein Überblick, wie diese Schritte ablaufen. Und wir machen halt viel dann auch, ja, wie gesagt, per Video. Du siehst mich immer am Anfang des Erstgesprächs, immer per Videoanruf, wo man wirklich auch noch mal viel mehr rüberkommt. Und ja, es ist eben kein Prozess, der irgendwie aus dem Boden gestampft ist. Es ist jetzt praktisch die vierte Auflage. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren sind zig Leute durch diese zwölf Monate durch den Prozess gegangen. All das habe ich jetzt eingearbeitet, das Feedback da mit reingebaut. Und all die Sachen, die euch am meisten geholfen haben, sind ja alle mit drinnen. Und ich kann das einfach auch guten Gewissens wirklich empfehlen, weil es halt vor allem auch nichts ist, was ich mir irgendwie erdacht habe, sondern einfach ganz klar nur aus der Praxis entstanden ist. Nur dadurch, dass ihr den Weg gegangen seid, dadurch, dass ich auch den Weg gegangen bin, all diese Sachen sind damit eingeflossen. Alles, was da wirklich immer wieder an Fragen vorkam, alle Schritte, wo Gefahren aufgetaucht sind, auf die werde ich alle eingehen im Programm. All diese Gefahren in dem Prozess, wo oft ein Knackpunkt ist, wo man die Motivation und warum man die verliert. Und wie man das Ganze eben dann umgehen kann, wie man das Ganze umschiffen kann, diese Gefahren, um da einfach schnellstmöglich zu Dauer auf die Gesundheit mehr Lebensfreude, mehr Energie, Ausgeglichenheit zu kommen. Ja, und am Anfang eben, wie gesagt, immer erst mal das Gespräch, wo wir deine Situation anschauen, weil, wenn ich nicht weiß, wie deine Situation ist, weiß ich auch nicht, ob die Zusammenarbeit überhaupt weiterhilft. Und dementsprechend, jeder, der in der Zusammenarbeit ist, hat mal mit mir persönlich gesprochen. Am Anfang, in der Zusammenarbeit dann sowieso. Und dieses Gespräch am Anfang ist einfach notwendig. Manchmal ist es ein bisschen eine Überwindung, habe ich gemerkt. Vielleicht, weil man von YouTube-Videos nur kennt. Genau. Aber es ist einfach notwendig, deine Situation mal individuell anzuschauen. Und schriftlich ist es halt manchmal schwierig, weil, ja, da oft gewisse Nachfragen auftauchen und man kann sich dieses Bild wirklich in dem Gespräch richtig schön rund schaffen. Deswegen, wenn du da dabei sein möchtest, dann, ja, trag dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.